... ... Vorne kommt wieder ein Kreisverkehr, die lieben wir hier. Nur die Folge geht schon ein bisschen lang, hoffentlich denke ich daran hier einen Cut zu setzen. Kilometer haben wir noch, 290. Ich glaube mal in der Folge schaffen wir es noch. Was ist denn hier eine Fähre oder was? Wir sind ja das hier vor Wege. Ich fahr gerade über einen Feldweg. Wenn man es so nimmt. Ganz, ganz dünner Weg nur. So wie so zu einer Firma hier, zur Halla. Ist ja der Hammer. Seid ihr noch da? Ne, ja. Also nice ist heut. Ich bin gar konzentriert am herumfahren. Ich auch. Fällig. Hallo Straßenschild. Man müsste auch lenken. Hehehehe. So. Jetzt können wir das Ding zurück fahren. Zurück ans Ziel meine ich natürlich. Zurück möchte ich nicht nochmal. Durch diese Tunnel, die eigentlich richtig cool aussahen. Bremsspuren. Bremsspuren. Und die hängen mal wieder beim Baum. Bremsspuren. Bremsspuren geht's hier. Okay. Also normalerweise sind die erst in 24 Stunden erwartet. Wir könnten also jetzt mit 10 kmh die ganze Strecke bis vor fahren, oder wir könnten ein bisschen normal fahren. Was wollen wir machen? Jedenfalls nicht an die falsche Straßenseite. So, kurz anders hingesetzt. Jetzt wird ein Feldweg rein, jetzt wird ein bisschen eine Firma. So, kurz weiter. muss man ausrollen lassen das klingt nach schaden das habe ich hier im Verein eine fracht hinten dran der hänger ist wahrscheinlich aus Panzerstahl der nicht kaputt geht Bisschen wir nach Helsingborn, hier kommt was, und da warten wir mal. Aber wir wollen ja Vorfahrt gewähren. Wir sind wahrscheinlich nah an der Fähre, weil hier kommen jetzt sehr viele Lastwagen entgegen. Jetzt haben wir mal so röckelt hier. Dann schalte ich mal auf Cockpit und sonst wer ich dich jetzt, dann tue ich Folies mal. So, und weiter geht's auf Landstraße, wie viel hier gerade ankommt. Aha. Wow, was kommt denn hier an? So. Wir müssen eigentlich gleich da sein. Okay, hier wo eine Stadt. Jetzt ist auch wieder eine Einfahrt. Also ich weiß nicht, irgendwie... Weil... Wenn... Irgendwie weil wenn, ja. Hamburg, ganz viele Deutsche sind ja unterwegs irgendwie. Hab ich so das Gefühl. Ja. Was wäre denn jetzt auf dem Europa-3-Server weitergekommen? Ja, ich krieg auch. Ich fahr da schon. Da hast du jetzt einen Account genommen und das Schnellkw hast, nicht? Ja, na, eigentlich mein Account vom Zoom-Player. Puh-Dorfer. Untertitelung des ZDF, 2020